Musik Der Rathausplatz wird zur Showbühne, denn beim Sicherheitsfest beweisen Wiens Blaulicht und Hilfsorganisationen ihr Können. Sechs Jahre lang hat es schon Tradition. Hier präsentiert sich alles, was in Wien mit Sicherheit zu tun hat. Also man kann sagen, es ist die sicherste Veranstaltung Wiens. Schon zu Beginn wird es abenteuerlich. Die Spezialeinheit WEGA gibt den Auftakt zum Event. Wir haben eine Zugriffsvorführung, eine Seiltechnikvorführung und eine Anwendung einsatzbezogener Körperkraft, eine Selbstverteidigungsvorführung. Heiß her geht es bei der Wiener Feuerwehr. Die ist nicht nur da, um Brände zu bekämpfen. Die Floriani-Jünger werden auch oft zu Unfallstellen gerufen, um Verletzte zu bergen. Wir starten dann dieses Gerät und das spreizt halt eben die Türe auseinander und man kommt auch zu der verunfallten Person dazu, beziehungsweise kann der Notarzt nachher dazu den stabilisieren und wir können ihn dann nachher befreien mit der Rettung gemeinsam. Gemeinsam stark. Die Helfer von Rettung bis Polizei arbeiten auch beim Sicherheitsfest Hand in Hand. Den Besuchern wird so einiges geboten. Um zu zeigen, was es alles gibt und die ganze Vielfalt zu präsentieren, was eben hier getan wird, um uns die Sicherheit in Wien zu gewährleisten. Gut zu wissen, dass unser Leben im Ernstfall in kompetenten Händen liegt.